Wie sorgt man eigentlich in Deutschland zum Marmelade? In Hessen sagt man Gelee. Das ist Konfitüre. In der Bahnhof Marmelade. In Franken gibt's Marmelade noch ein Marmelade-Amelade. Bei uns im Badischen sagt man... Kann ich auch mitmachen? Das wird das gleiche sein. Wir sagen Gutes, Mues, Fleck oder Gützeli. Nein, wir sagen Lett Wäre. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ich würde auch mitmachen. Wir sagen Gesells. Aua!